Hallöchen und willkommen zurück zu Warframe. Mein Name ist Talali, schönen guten Tag. Erbein und Akroma sind auch wieder mit dabei. Hallo ihr beiden. Und ein roter Unbekannter. Moin moin. Und zwölf Sekunden verschwinden wird. Wer ist er denn? Ist ja geheimnisvoll. Hier ist ein Mod. Also, da. So, schauen wir mal, was ich jetzt mal die Mob-Dev rumkriegen. Letztes Mal habe ich mit dem Köfferchen durch die Map gefallen. Ja, hat er ganz super gemacht. Und Strafe hat er auch bekommen. Er hat ein Revive ausgenutzt. Äh, ausgegeben. L. Und auszufinden, dass es nutzlos war. Ja. Au. Oh. Ah, falls ob ich was dafür kann, dass ich durch die Map falle. Tja. Wer ist denn mal nicht so schnell unterwegs, Heddy? Ne, wäre ich einfach mal zu dem Random-Mod da hochge... ganz normal hochgesprungen und nicht einfach mich Reno-Style da hochge... äh, Reno-Style, Loki-Style da hochgeportet. Loki-Style. So. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, ey, warum machen die auch so große Umwege? Weil wegen Superkisten. Und Superkisten sind toll. Aber was ist eine Superkiste? Eine Superkiste ist... wenn hier drin... Ja. Die Dinger, die hier gerade zerbröselt sind. Ähm... Die sind seit neuer Dings... Neuer... Neuerstim... Seit geraumer... naher Zeit. Hier ist er, hier ist er noch ganz, guckst du die an. Genau, die Dinger da. Typischer, typischer Container halt. Und die können irgendwie so Special-Loot drin Dingsbums haben. Und davon habe ich bisher zwei gefunden. Da war ein voll ausgebautes Former jeweils drin. Und... Ähm... Wow. Ähm... Ein 30 Minuten Affinity Boost. Für diese Map. Und... Boah, das war hier ganz cool. Ja, weil ich noch nicht weiß, ob dies tatsächlich... in jeder Map tatsächlich einen geben würde, wenn man den findet, oder... Ja. Das... Das Zufall ist, dass dann einer da ist, oder nicht? Das haben wir noch nicht herausgefunden. Muss noch herausgefunden werden. Ich meine, der kann ja natürlich auch blöd an irgendwelchen Orten sein, wo man eh nicht hinkommt, aber... Oh, ich musste gerade meine Quanta nachladen. Puh. Ja. Lightning-Taladia. Geht voll ab. Ach, da wird sich YouTube freuen, was da wieder draus macht. Tja. Dass es mir gekürzt wie viel geht. Ich sehe jetzt blaue Linien. Das ist super. Danke, YouTube. Ja, äh, zum Thema... Äh, 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 äh... Äh, Guides und so ein Gekröse. Ähm, die sind in Arbeit. Hab mir da schon einige Sachen rausgeschrieben. Und bin auch schon dabei... Das alles ein bisschen anzuordnen. Dass es halt ein bisschen schicker ist und so weiter und so fort. Und... Ja. Ja. Freut euch drauf. Und Namen für die Rubrik. Geid Let's Geid Nee, mir ist gerade ein toller eingefallen Geid ist geil Kann ich nicht benutzen, das haben wir damals bei Pro NDC benutzt War sie echt? Ja Den hatte ich damals vorgeschlagen und der war auch super und den haben wir auch benutzt und so weiter und so fort und äh ja Aber das ist ein Thema, was ich hier gar nicht ansprechen möchte Ja Ja, möchte ich nicht Musst du auch nicht Ich mache ja und ich Lass mich in Ruhe, geid ist mir nicht dazu zu reden Ich hab nur geid ist geil gesagt Ja Nee, der ist mir auch schon eingefallen Das war so meine Jahreskreativität ist dafür draufgegangen Nimm bald Oh, Frame Ich bin doch nicht blöd Hä? Ich vergesse immer wieder meine Spiegelbilder zu hören Oh, ich freu mich schon drauf, wenn die Bratung jetzt gleich fertig wird Wie viel Formas hast du da jetzt schon drin? Gerade eben das dritte Wow Ja, das habe ich echt nicht verstanden Ich bin ja jetzt auch endlich in die Lust der Bratung, 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 Prime gekommen Kommt vom Braten Achso, der Braten Prime Brat, Bratung, das ist so eine Herausforderung Ah Und das Ding hat als Prime Waffe keine einzige Polarisation drin Das ist so krank Also ich meine Wenn sie überall ein V rein machen, ist nicht mal was kaputt Nö Das ist halt eine Waffe Und die ganzen essentiell wichtigen Mods, die haben halt nur mal eine V-Polarisation Aber da haben sie ja glaube ich im letzten Devstream auch mal was zugesagt Dass man mal wegkommen möchte vielleicht von diesen Mods, die eh jeder reinpackt Was willst du denn dann benutzen? Also ganz ehrlich, eine Serration hau ich auf jeden Fall rein Ja, nein, aber man Es ist ja im Moment, im Moment ist es ja so Es hat jede Serration in jeder Premierwaffe drin Ja Ja Weil ohne gar nicht geht, so muss es sein Ja Du machst einfach keinen Schaden mehr dann ohne Du könntest ja deine Waffe auch Die könnten das quasi standardmäßig auf die Waffe draufpacken Und den Slot rausnehmen, weil es eh jeder drin hat Ja, aber da müssten so eine Menge Quasi einen Mod, den man abschaffen kann Der bringt nichts mehr Also der bringt keine Wie soll man sagen Keine Abwechslung Das ist wohl wahr, ja So, wir laufen alle hoch Ja Fliegen oder was? Ich hab keinen Mod hier drin Hab ich nicht Dann hat keiner einen Von rein So ein Mist Ja, ey, was ich noch sagen wollte Dann müssten die aber Das Komplette Gegnersystem überarbeiten Entweder so Oder standardmäßig Nen Serration 10 auf jede Waffe draufpacken Das werden sie sich nicht geben Nö Ein Skript, das über die Tables läuft Das ist jetzt nicht Also Aufwand wäre das keiner Ist die Frage, ob man das möchte Also ich weiß was nicht Also ja, du hast schon recht Das ist halt ein essentieller Mod Den muss man halt drin haben Ansonsten Ja Kannst halt Aufhören Das ist jetzt bei Warframes was anderes Da hab ich durchaus ne Naja, da ist vielleicht Streamline so ne Geschichte Ich weiß nicht, ob ich einen Warframe hab, wo ich Ja, Streamline ist wichtig Aber ansonsten Da hab ich ne Da hab ich ne viel größere Variation drin Ja Nicht so, dass ich in jedem Warframe Vitality drin hätte Oder so Ne, Vitality nicht, aber Redirection halt für Schild Und das war auch nicht Mein Loki zum Beispiel hat jetzt weder noch drin Ja, aber der ist ja auch auf unsichtbar getrimmt, oder? Nicht? Er hat jetzt Fluss und schnelles Ne, Fluss hat er nicht drin, aber schnell das Denken an er drin Ach, FÜ Das sind quasi meine Hitpoints Ah Weil ich mein Schwert dabei hab, dass mir immer meine Energie wieder auffüllt, falls es low sein sollte Und mit der, was sind's 240% Rektivität Komm ich dann auf mehr Hitpoints als mit Mit Vitality Ja Das ist mein Entwaffnungs-Loki Vielleicht hast du das Orgment schon gesehen Die verkloppen sich selber Ah, okay Äh Ja Ich dachte, wir haben irgendwie nix dabei gehabt Ne Das ist eine Entwaffnung und wir haben 10 Sekunden Strahlungs-Brock drauf und verprügeln sich gegenseitig Fähigkeits-Augment von Red Vale Das ist ziemlich cool Ja Es ist tatsächlich Mission complete VR durch Und die Kraken ist Level 20 Kraken, Kraken Ich weiß es noch nicht genau, ob ich das für ein niedriges Survival Da hat man nämlich gestern Weiß ich nicht, ob es daran lag Wir hatten mal gestern in so einem T1 oder T2-Servival Da hatten wir so ein bisschen Probleme mit Nicht genügend Gegner schnell genug kamen Möglicherweise lag es daran Dass die sich immer vor den Türen gegenseitig verprügelt haben Unmöglich, ja Das kann nämlich sein Das ist jetzt drin Ach, die waren einfach nicht aus Böhrchen auf Keinen Mod raus, schade Bippi Wenn man am Lootradar sieht Hier sind die Die Dinger trotzdem dahinter Man kann die auch kaputt machen Mein Carrier sammelt das Zeug dahinter auch ein Aber Mods kam da jetzt keine raus Hat nicht Kann aber auch sein, dass er die großen Sachen hier nicht durch die Wand ziehen kann Ja, ne Da kam ein Mod raus Ja, ne Ecke Kommt grad nix Kratzer Au Da ist nix dahinter Na gut Machen wir mal Disco Was ist denn hier los? Kaputte Menschen Pilot? Kaputte Orginesen Ups, falscher Knopf Brauchen wir voll So, machen wir mal so eine Entwaffnungsrunde Ich muss schon wieder nachladen Diese Quante, ey Die verbraucht die Munition unglaublich Die machen eine schöne Kradinger zu selber Wow, die Mobdichte ist jetzt aber grad echt ziemlich hoch Und wenn sich jemand fragt Warum sollte man Warum sollte man das machen Wenn man auch nix haben kann Die nix, die kann das ja immer nur Casten Wenn Wenn die Zeit abgelaufen ist Oder die Mobs alle tot sind Doki kann das Immer wieder casten Und sie sind auch noch gleichzeitig entwaffnet Bei ihnen gefällt mir das jetzt im Moment fast besser Wie die nix Was die Crowd Control angeht Crowd Control Crowd Control Crowd Control to Major Terms So, ich porte mich mal wieder mal schauen Wo ich diesmal lande in welcher Dimension Ne, bin oben gelandet Gibt's was, Checkit? Na ja, Gewehr Munition Und ein paar Credits hab ich eingesammelt Na super Ja ja Verschafft Verschafft ihr mal hier einen Vorteil für uns allen Ja ja Wahrheit war da oben Forma Drei sogar Drei Forma Forma Prime Insta Forma Wo die Waffe wieder direkt auf Level 30 ist Gell, hier oben ist nichts Obwohl hier auch schon wieder angezeigt wird Na da ist irgendwas kaputt Da werden mir immer Da werden mir immer Dinger angezeigt Obwohl da gar nix ist Aber hier hinten liegt Zeug rum Hallo Yes Alloy plates Oh Supi So was kriegen wir Was kriegen wir Was kriegen wir Was kriegen wir Was wollen wir überhaupt? Ich hab keine Ahnung Irgendwas für Nyx Nyx Prime Helmet Und Nein Den Nehmen wir auch Kann bestimmt jemand brauchen oder? Nö Nö Ich nicht War doch der Räder oder? Für das Syndikat Hat doch immer einen Rhino Helm Stimmt Na den werd ich jetzt nicht bauen So Leute Dann wie immer ein ganz ganz herzliches vielen Dank zum Zusehen Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Und natürlich alles Gude Und schaut natürlich auch in der nächsten Episode wieder ein Danke Elpein Danke Elkroma Bis zum nächsten Mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü